Im Vergleich zum Fußball, muss man sagen, der Skisport besteht aus armen Schluckern, weil das ist dann ganz oben eigentlich nur die Spitze, es sind zwei, drei, wo sie wirklich etwas verdienen und auch Leben davon können. Aber sonst ist eigentlich dieses Risiko, was diese Menschen eingehen, viel zu hoch für den Verdienst.